Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich sehr, heute bei Professor Patrick Henwigs zu Gast sein zu dürfen. Wir wollen über Naturtrompeten sprechen. Hallo Patrick. Hallo Sassi, freut mich auch. Erzähl doch mal, wie bist du denn zur Trompete und dann speziell zur Naturtrompete gekommen? Also ich habe wohl schon als ganz kleiner Bub immer gesagt, dass ich unbedingt Trompeter werden muss. Bin es dann auch geworden und der Werdegang war eigentlich der typische eines Blechbläsers. Im Jugendblasorchester der Heimatstadt habe ich angefangen und habe dort zehn Jahre lang gespielt und nach einem Jugendmusiziertpreisgewinn, als ich elf Jahre alt war, hatte ich dann schon Privatstunden bei meinem späteren Professor Horst-Dieter Bolz, der hier in Drossingen Professor war. Und dann war es eigentlich ein geradliniger Weg, mit 16 Jahren als Jungstudent dann hierher zu kommen, dann mein Studium zu absolvieren. Und so hat es bis zu dem heutigen Tag geführt. Professor Bolz hat uns modernen Trompetenstudenten immer schon geraten, die Naturtrompete auch zu spielen. Das war zur damaligen Zeit Anfang der 90er noch nicht unbedingt so selbstverständlich in einer modernen Trompetenklasse, weil er wie ich heute auch noch der Meinung war, dass es der Luftführung auch auf der modernen Trompete sehr gut tut. Also wir hatten da schon erste Gehversuche und dann gab und gibt es ja hier in Drossingen dieses Spezialinstitut für alte Musik. Und um 94 rum kam dann Michael Laird aus London als Dozent für Naturtrompete hierher. Und da war ich ein oder zweimal in der Stunde und dann hat mich das gepackt und infiziert und nicht mehr losgelassen. Das ist hauptsächlich die musikalische Rolle, die eigentlich die Naturtrompete spielt, dass sie in der Barockzeit mit dieser Bedeutsamkeit oder mit dieser Repräsentationsrolle oder dieser starken Gloria-Wirkung eingesetzt wird. Und dass wir wirklich in der Musik sehr starken, prägenden, solistischen und melodiösen Anteil haben, was mir an der symphonischen Orchestermusik jetzt rein als Trompeter einfach weniger gut gefällt. Gerade durch die Arbeit mit der Bach-Stiftung und mit Rudolf Lutz, die jetzt seit über zehn Jahren schon andauert und ganz intensiv und regelmäßig vorangeschritten ist, habe ich in die Musik von Bach und in die Trompetenpartien von Bach, glaube ich, den tiefsten Einblick gewonnen. Und wie vorhin schon gesagt, sind die Trompetenpartien von Bach für mich ohnehin diejenigen, die das Instrument am vollkommensten ausloten und ihm auch am vollkommensten gerecht werden. Wie schon gesagt, wir können auf der Naturtrompete immer nur innerhalb einer Naturtonreihe spielen, auf den Grundton aufbauend. Der Grundton ist einfach die tiefste Frequenz, die auf diesem Rohr spielbar ist. Und auf diesem Grundton aufbauend gibt es die Obertonreihe. Und wenn jetzt ein Musikstück in D-Dur steht, dann spielen wir die Naturtonreihe auf D aufbauend. Und dieses hier ist zum Beispiel eine D-Trompete, diesmal in historischer Stimmung, also auf Basis A gleich 415 Hertz. Das ist eine der gewöhnlichsten oder gebräuchlichsten Stimmungen des Barock, weil D-Dur den Charakter des sehr herrlichen, sehr glorreichen hat und wird deswegen für viele dieser lobreichen Partien verwendet. Die Trompete hier nebendran ist deutlich länger, wie man sieht. Nicht nur jetzt in der Bauhöhe, sondern hier ist auch zusätzlich noch ein Kringel eingearbeitet. Wenn er nicht da wäre, wäre sie nochmal deutlich länger. Die ist jetzt in B. Die Trompete in B oder die B-Dur-Stimmung wird für die Trompete bei Bach häufig eingesetzt für sehr schicksalsträchtige Affekte. Sie hatten sehr viel dunkleren, sehr viel massiveren Klang. Die kommt dann, wenn das jüngste Gericht angekündigt wird oder eben die Trompeten von Jericho und so weiter. Das ist also diese rächende Richtertrompete. Genau. Und das hier ist Gloria in Excelsis Deo. Hier sind diese Löcher. Da habe ich vielleicht noch einmal einen Kommentar gelesen, da hat einer das Fake-Trompeten genannt. Aber das ist ja historisch auch gar nicht so gesichert, ob die jetzt da... Ja, also da entzünden sich auch viele fundamentalistische Diskussionen. Mein Gott, da kann man dazu stehen, wie man will. Und man war lange Zeit der Meinung, dass die Barock-Trompeten im Original zur damaligen Zeit so waren wie diese, nämlich ohne Löcher einfach, also ohne Überblaslöcher, ohne Grifflöcher, ohne Hilflöcher, wie auch immer man sie bezeichnen mag. Und das oder die Spielweise, die sich daraus entwickelt oder sich darauf stützt, ist aus meiner Sicht, ich formuliere das ganz bewusst jetzt auch vorsichtig, weil ich eben zu doktrinöse Formulierungen einfach auch vermeiden mag. Es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern meiner Meinung nach viele Wahrheiten. Aus meiner Sicht ist eben die Blasweise ohne Löcher eine, die sich letztendlich eher an der wissenschaftlichen Forschung, an der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, also historisch-wissenschaftlich- musikgeschichtlichen Auseinandersetzung orientiert. Und die Spielweise, die sich jetzt zum Beispiel eben die Grifflöcher zu Hilfe nimmt, ist die, die sich eher an einer musikalischen, an einem musikalischen, an einer musikalischen Zielvorstellung orientiert oder an einer klanglichen und weniger die bewiesene wissenschaftliche Realität zum Ursprung nimmt. Allerdings, das mit dieser bewiesenen wissenschaftlichen Realität ist nämlich so eine Sache. Wir wissen viel zu wenig über die Trompete. Wir wissen es einfach nicht, wie es war. Es gibt so wenig schriftliche Quellen. Es gibt schon originale Instrumente in den Museen, die erhaltenen originalen Trompeten sind häufig allerdings die reich besetzten, mit Engelsköpfen und Silberverzierungen versehenen Instrumente, die an den Fürstenhöfen eher für das Abblasen von Aufzügen, von Intraden und Trompetenensemble verwendet worden sind. Und diese Musik ist auch ohne Löcher durchaus sehr, also mit einem guten musikalischen Ergebnis aufführbar. Meine Meinung ist allerdings die, dass für die höchst virtuosen Partien zum Beispiel bei Bach die Trompete eine andere Lösung gehabt haben müssen, um diesem musikalischen Ziel dieser Klangvorstellung näher zu kommen. Seit letztem Jahr ist es mir bekannt, eine Quelle eines Bach-Zeitgenossen, der eine technische Beschreibung der unbelöcherten Trompete vornimmt. Und wenn man jetzt sich theoretisch forschend mit diesem Begriff unbelöchert beschäftigt, so muss diesen Menschen auch das Gegenteil, nämlich das Belöcherte zumindest bewusst gewesen sein oder zumindest denkbar gewesen sein. Sonst hätte er keinen Grund gehabt, den Begriff unbelöchert zu verwenden. Also es häufen sich Anzeichen, dass es eben vielleicht doch eine andere Möglichkeit gegeben haben könnte. 20 Jahre nach Bach sind die Löcher sowieso belegt oder nach Bachs Tod und dann kamen schon bald die Entwicklung der Klappenhörner und so weiter. Und dass damit nicht experimentiert worden wäre, auch schon 30 Jahre früher, ist mir aus der praktischen Sicht eines Trompeters absolut plausibel. War damals auch schon die Möglichkeit gegeben, einzustimmen? Also gab es da auch schon Züge an den Barock-Trompeten? Die Einstimmung an den gefundenen historischen Instrumenten erfolgt der Gestalt, dass man kleine Setzstückchen in unterschiedlicher Länge von 1 über 2 bis 3 Zentimeter hatte, die man zwischen Mundrohr und Mundstück hat einfügen können. Die Trompete war von ihrer Grundbauart immer etwas zu hoch gestimmt und je nachdem, wie es dann nötig war, hat man diese Setzstückchen eingefügt. Insofern waren die Trompeten einstimmbar, allerdings eben mit Setzstücken. Heutzutage bei den Nachbauten hat man die Möglichkeit, die Trompete auch zu verschieben und es also noch genauer zu machen. Aber es gibt durchaus auch Trompetenmacher, die das nach wie vor mit Setzstücken machen. Das funktioniert genauso gut. Kann man diese verschiedenen Trompeten auch irgendwo hören? Ja, im Konzert natürlich, aber man kann sie auch auf Aufnahmen hören, sogar auch sehen. Denn mit der Bach-Stiftung, über die wir ja schon gesprochen haben, haben wir ja dieses wunderschöne Projekt einer über lange Jahre angelegten Bach-Gesamtaufnahme am Laufen. Und gerade jetzt, Anfang 2017, sind die vier Aufnahmen von 2016, an denen ich mit Trompete mitgewirkt habe, erschienen. In einem wunderschönen Design, finde ich. Also mein Notenschrank, CD-Schrank zu Hause ist in den schillerndsten Farben mittlerweile schon gefüllt. Ganz neu, gerade erst vor zwei Wochen rausgekommen, die H-Moll-Messe von Bach auf Doppel-CD. Die natürlich auf der Gloria in excelsis Deo D-Trompete. Dann ist Jauchzutgott in allen Landen erschienen. Das ich letztes Jahr mit Sibylla Rubens zusammen und der Bach-Stiftung aufgenommen habe. Auch ein wunderschönes Erlebnis. Die Trompete in C. Das wäre jetzt das Zwischending zwischen der D und dieser. Sieht aber ähnlich aus, weil sie eben auch diesen ganz hohen Kringel in C hat. Und dann zwei Exoten unter den Bach-Kantaten. Kantate 24, ein ungefärbt Gemüte. Mit einem großen Chor in B-Dur, in der die Trompete eine Kolapate-Stimme spielt. Teilweise kontrapunktisch zum Chor. Sehr virtuos und deutlich aus der Natur-Ton-Reihe sich entfernend. Also da muss man entweder, wenn man es auf Tirasi wählt, sehr, sehr gut ziehen können. Oder wenn man es auf der Natur-Trompete wählt, sehr gut mit dem Ansatz die Töne dorthin ziehen, wo es sie eigentlich gar nicht mehr gibt. Und interessant, auch ein absolutes Unikum unter Bach-Skantaten. Der Chor ist in B und auch für Tromba in B notiert und der Schlusschoral ist in F. Und man vermutet ganz schwer, weil es in F Natur-Ton-Reihe ist, es gibt keine F-Natur-Trompete, dass dafür das Horn benutzt worden war. Man könnte die Zug-Trompete nehmen, aber müsste außerhalb der F Natur-Ton-Reihe dann Zugbewegungen ausführen, die sehr, sehr untypisch, also nicht idiomatisch wären für das Instrument. Also bleibt als wahrscheinlichste Hypothese wirklich das Horn in F. Und da sind wir wieder bei Gottfried Reiche und der Flexibilität der Stadtpfeifer bei Bach, der nicht nur die Posaune sicher genommen hat oder die Zug-Trompete oder die Klarin-Trompete, sondern für dieses Stück in F hat er halt das Horn hergenommen und hat den Kantus Firmus auf Horn geblasen. Und so habe ich das auf dieser Aufnahme auch gemacht. Also bei der letzten Nummer sieht man mich mit einem Horn. Und schaut doch und seht, BWV 46, auch eine wilde Solo-Arie für B-Trompete. Also gerade im letzten Jahr und Schlusschoral auf Zug-Trompete, genau. Gerade im letzten Jahr waren einige Exoten mit einer großen Bandbreite an Instrumentarium vertreten in den Aufnahmen von der Bach-Stiftung. Sänger machen es häufig so, dass sie den Unterschied im Klang von Falsett-Stimme und Post-Stimme wirklich herausarbeiten bei barocker Musik. Weil eben diese Werke eben auch so komponiert zu sein scheinen, dass es eben so gedacht ist, dass diese Unterschiede eben auch eine bestimmte Wirkung erzeugen. Wird es bei historischer Erfüllungspraxis bei Trompete auch so gemacht? Jein. Also bei den Sängern ist es wirklich so, dass man im Augenblick der Meinung ist, dass das früher so gewesen ist. Also es ist der Stand der historischen Aufführungspraxis und dass das sängerische Bestreben, diesen Stimmbruch zu umgehen oder auszuschalten und über die ganze Bandbreite einen Klangideal zu verfolgen, erst später kam. Und vor allem dieser Bruch zwischen der Barock-Tradition und der uns viel vertrauteren, später beginnenden, also ab 18. Jahrhundert klassischen romantischen Tradition, der ist natürlich auch sehr stark bei den Blechblässern vorhanden. Allerdings würde ich eher vielleicht unterscheiden bei der Trompete, welche Rolle sie spielt. Sie hat ja durchaus das Potenzial, wie eine Blockflöte im hohen Register, wahnsinnig fein und sehr intim zu klingen. Aber auch das ganz martialische, Feldtrompeterhafte, Fanfarige. Und wie auch viele Komponisten in ihren Instrumenten oder Stimmenbeschreibungen differenzieren, gibt es den Principale, der immer eben das Signalhafte, Fanfarenhafte hat und damit auch einen anderen Klang, ein anderes Klangideal. Und eben die Klarin-Lage, die Klarin-Trompete, die oben die feinen virtuosen Melodien spielt. Und da gibt es durchaus auch einen Unterschied im Klang, einen Bruch im Klang. Oder es gibt auch, gerade bei Bach in vielen Kantaten, dass auch die erste Trompete mal unten die Fanfaren mitspielt. Und dann gibt es einen Intervallsprung nach oben. Und das ist eigentlich das, was du ansprichst sicher, dass es da unterschiedliche Klangfarben, unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Effekte gibt. Und dabei sind wir einfach schon ganz tief in dieser historischen Aufführungspraxis drin. Ein weiterer Punkt, da ist ja auch die Stimmung. Es gibt ja unglaublich viele verschiedene Stimmungssysteme. Und auch von Bach weiß man ja dann verschiedenen Orten gewirkt. Die Orten waren auch unterschiedlich gestimmt. Ja. Kann man da überhaupt sagen, was ist die richtige Stimmung ist für Barockmusik? Nein, die eine richtige Stimmung gibt es nicht. Einfach auch deswegen, weil die Vernetzung zur damaligen Zeit noch überhaupt nicht stattgefunden hat, sodass ein international gültiges 440 Hertz überhaupt hätte existieren können. Weil wie hätten die einen das von den anderen wissen sollen, wenn sie nicht dorthin gereist wären mit einem gleichen Instrument und es verglichen hätten. Also insofern gibt es definitiv regionale Unterschiede, die sehr, sehr stark sein können, aber auch dann zeitmäßige Unterschiede. 50 Jahre früher war es dort halt einfach noch anders, hat sich dann weiterentwickelt und so weiter. Die Stimmtonhöhen, wenn wir jetzt erstmal nur von der Stimmtonhöhe ausgehen, die sich heute etabliert haben, alte Musik 415 Hertz, also ein Halbton tiefer als die moderne 440 oder klassische Stimmung 430, sind im Prinzip Kompromisslösungen, die natürlich in der historischen Forschung begründet sind. Man hat Instrumente gefunden, man hat Orgeln gefunden, die noch in diesen Stimmtonhöhen stehen. Aber es ist auch einfach den praktischen Anforderungen des Marktes geschuldet, dass man, wenn man sich heute in Hamburg trifft für eine Bibermesse und die Instrumentalisten kommen von Italien bis Norwegen aus allen Ecken, dass man einfach weiß, hey, wir haben ein Instrument in 415 Hertz, da können wir uns darauf verständigen, dass es funktioniert. Es gibt die physikalisch gültige Obertonreihe, die sich aus diesen ganz zahligen Verhältnismäßigkeiten errechnet und auf dieser Basis funktioniert ja die Trompete. Also jedes Rohr, auch eine Orgelpfeife im Prinzip in ihren Obertönen, hat einfach die Möglichkeiten, diese verschiedenen anzahligen Schwingungen innerhalb oder im Verhältnis zu der Rohrlänge zum Klingen zu bringen. Und insofern ist dies eine weltharmonische Struktur. Und diese Verhältnisse finden sich in vielen anderen Gebieten der Kunst auch. In der Architektur und in der Malerei gibt es diese 3 zu 4 und 4 zu 6 und so weiter. Goldener Schnitt, genau. Also in der Musik ist es halt nicht sichtbar, aber ich bin mir ganz sicher, dass es in einer Facette hörbar ist und spürbar ist. Und das ist vielleicht jetzt auch was, was ich in der vorherigen Frage über meine Liebe zur Naturtrompete gerade noch nicht beantworten konnte, weil es mir nicht eingefallen ist. Aber genau diese Natürlichkeit, diese prinzipielle Einfachheit dieser Naturtonreihe. Ich kann nur das machen, was eine ganz einfache, natürliche Reihe mir vorgibt. Und mit diesen wenigen Tönen kann ich so unglaublich ergreifende Partien spielen. Da sind wir natürlich dabei, dass Musik ihre Wirkung hat und das soll sie ja auch tun. Und dass die Trompete da seit Jahrhunderten genau an dieser Schnittstelle angreift und genau deswegen vielleicht diese Wirkung hat, weil es so archaisch, so erdverbunden und gleichzeitig himmelsverbunden ist. Die tiefen Töne sind die Erde und Gloria in Excelsis Deo ist dann das hohe D. Wie kann man an Phrasierungen rangehen? Wie macht man das, wenn man versucht, historisch akkurat zu phrasieren? Das ist ja schwierig, weil wir können ja nicht wissen, wie es tatsächlich geklungen hat. Es gibt nur wenige Beschreibungen. Nein, also die Original-CD von Bachs ist gerade vergriffen. Nein, also Spaß beiseite, wir wissen es nicht. Es gibt natürlich schon sehr viel Wissen über Phrasierungen. Ich habe hier auch das ein oder andere Buch mitgebracht. Zum Beispiel für uns Blechbläser am interessantesten ist Johann Joachim Quanz' Versuch einer Anleitung, die Flöte Traversière zu spielen. Vor allem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden diese theoretischen Traktate immer wichtiger oder kamen auch in einer größeren Häufigkeit auf den Markt. Leopold Mozart, Karl Philipp Emanuel Bach haben ähnlich umfangreiche Werke für ihre Instrumente geschrieben. Jetzt fällt mir gleich was runter. Das ist Leopold Mozart, die Violine betreffend. Das ist Karl Philipp Emanuel Bach, das Klavier betreffend. Und in diesen Büchern, man kann sich vorstellen, mit der blumigen Sprache des Barock, sehr umfangreich formuliert, sind sehr, sehr viele, sehr genaue Beschreibungen drin. Und wer sich wirklich damit beschäftigt, kommt mit der nötigen Erfahrung, glaube ich, sehr, sehr nah an die wirkliche Realität ran. Es gibt originales Wissen darüber und mittlerweile seit den Anfängen von Arnon Kuh oder anderen in den 70er Jahren haben wir jetzt ja schon eine fast 50-jährige Tradition, uns wieder auch praktisch musizierend mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und ich glaube schon, dass wir heute sehr viel näher dran sind, wie noch vor 20, 30 Jahren. Ob wir natürlich wirklich dort sind, wie es war, wird niemals irgendjemand beantworten können. Aber es spricht schon sehr, sehr vieles dafür. Und auch dieser Common Sense, der in der Szene herrscht, wie empfunden wird, wie phrasiert wird, ist schon sehr übereinstimmend. Und insofern hat man heute, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn man sich als Einsteiger in diese Musik mit Phrasierung beschäftigen will, hat man sehr viele Vorbilder. Es gibt unglaublich tolle Aufnahmen, die man hören kann. Und letztendlich geht es bei Phrasierung ja wiederum um die Idee, um die musikalische Idee, die ich habe, die Zielvorstellung, die Klangvorstellung, die ich dann letztendlich technisch auf meinem Instrument umsetzen möchte. Und diese Klangvorstellung, diese musikalisch-stilistische Vorstellung, die kann ich mit einem Rundumschlag in dem CD-Markt, kann ich mich so ein Leben lang damit ausstatten und die Musik kennenlernen auf jeden Fall. Letztendlich ist es sowohl für die Musizierenden als auch ganz sicher für die Zuhörenden ein intensiveres Erlebnis, wenn man zum Ziel hat, lebendige, mitreisende und überzeugende, leidenschaftliche Musik zu machen. Und das, glaube ich, erreicht man auch nur dann, wenn man bereit ist, auch den einen Schritt ins Ungewisse oder den einen Schritt ins Neue zu gehen. Und das muss es immer haben. Es muss sich immer erneuern. Ich war gerade letzte Woche bei Matthias Höfs in Hamburg und der hat eine Telemann-CD aufgenommen mit Piccolo-Trompeter. Und der sieht einen sehr großen Reiz darin, diese Baroque, diese ältere Musik mit modernen Instrumenten zu spielen und diesen Kontrast auch irgendwo dazu haben. Wie siehst du das, Aufführungspraxis? Ja, das ist eine sehr aktuelle und extrem interessante Frage. Vorneweg bin ich der Meinung, dass man jede Musik auf jede Art machen darf und auch machen können sollte. Weil je prinzipieller oder je doktrinöser man das betreibt, umso sehr beschneidet man, glaube ich, auch die Möglichkeiten, die Musik bietet. Und insofern ist eine Auseinandersetzung mit modernen Instrumenten und alter Musik absolut plausibel und sicherlich sehr, sehr reizvoll. Und wie du in der Eingangsfrage schon gesagt hast, genau die Formulierung gefällt mir. Es interessiert Herrn Höfs sich mit den Unterschieden oder mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen, wie man auf Piccolo-Trompete alte Musik machen kann. Und das ist eine extrem interessante Sache. Wenn man allerdings hinginge und behaupten würde, so wie ich es mache, ist es die einzig richtige Art und Weise, dann wäre ich damit nicht einverstanden. Aber es klingt ja durchaus sehr anders und da bin ich jetzt schon gespannt drauf. Interessant ist die Frage, wie weit ich mich mit dem modernen Instrument, also mit der modernen Trompete, an den Klang der alten Instrumente heranwagen kann oder sollte oder darf. Die Piccolo-Trompete ist natürlich denkbar weit entfernt von der alten Trompete. Wenn ich jetzt gerade die B-Trompete nehme, die ist um die 256 cm lang, also 2,56 m wenn ich sie aufrollen würde. Die Piccolo-Trompete in B ist genau ein Viertel so lang, 64 cm glaube ich, so was um den Dreh. Dass dieses dünne kleine Röhrchen, sag ich jetzt etwas provozierend, man kann trotzdem auf der Piccolo wunderschön musizieren, aber dass dieses kleine Röhrchen im Vergleich zu diesem großen Rohr natürlich einen vollkommen anderen Charakter hat und einen vollkommen anderen Klang, ist offensichtlich. Die Klangqualität, die Obertonfülle ergibt sich aus dem Verhältnis von Rohrlänge und Rohrdurchmesser, Mensur und ein Instrument, das einen zwei Oktaven tieferen Grundton hat, exakt so lang wie eine Tenor-Posaune, mögt man sich mal vorstellen, anstatt Piccolo eine Tenor-Posaune zu nehmen mit dem gleichen Mundstück, dass da natürlich eine vollkommen andere Klangwelt entsteht, auch in der Mischung, in der Balance mit anderen Instrumenten, gerade mit Holzbläsern, die ja im modernen Instrumentarium häufig von der Trompete, was das Mischungsverhältnis betrifft, sehr weit entfernt sind. Das ist natürlich offensichtlich. Aus meiner Sicht wäre es, denke ich, für vielleicht die kommende Generation Trompeter interessant, sich in diese Richtung aufzumachen und zu forschen. Ich weiß noch, wie wir als junge Studenten darüber gelächelt haben, dass mein Professor Horst-Dieter Bolz in den 60er Jahren die H-Moll-Messe auf D-Trompete gespielt hat. Auf D-Trompete? Da spielt man doch auf Piccolo. Sie hatten ja noch keine Piccolo, sie mussten ja mit der D-Trompete Vorlieb nehmen. Aus meiner heutigen Sicht ist die kleine D-Trompete, also die Ventil-D-Trompete, zwar immer noch halb so lang wie meine Natur-D-Trompete, aber sie ist immerhin schon eine Quinte tiefer als die Piccolo-Trompete. Also sie kommt schon mehr in die Richtung. Ich habe mehr Rohr, ich habe mehr Klang, ich habe ein paar Obertöne mehr. Also man könnte, um jetzt vielleicht auch auf modernen Instrumenten mit Ventilen sich mehr an den wärmeren, dunkleren, auf tieferen Obertönen basierenderen Klang der Barock-Trompete anzunähern, auch auf größeren, modernen Instrumenten spielen. Wie wäre es also, Heiden mal auf einer Tief-S-Ventil-Trompete zu spielen, die ja von der S-Klappen-Trompete nicht weit entfernt ist. Es ist der gleiche Korpus. In das eine hat man Löcher reingebohrt, um Klappen zu machen, so hat es der Weidinger gespielt. Man kann auch Ventile dran bauen und dann hat man eine Ventiltrompete im Tief-S. Und dann wäre ich dem Klangcharakter schon verdammt nahe. Und das dann mit Hammerflügel anstatt mit modernen Flügel. Also da sind sicher ganz viele tolle Experimente möglich. Anderes Beispiel Neruda-Konzert, heutzutage am liebsten auf hoher S-Trompete gespielt, ist ursprünglich ein Hornkonzert. Wurde also auf großem Naturhorn gespielt. Von der Klangfarbe her würde ich heute zumindest ein modernes Flügelhorn in B nehmen. Dann habe ich den hornigeren Klang. Und bin auch da der Ursprungsidee eines Hornkonzertes sicher viel näher als auf der kleinen hell klingenden S-Trompete. Du hast ja auch eine Trompetenschule geschrieben, die Barock-Trompetenschule. Worauf muss es jemand oder wie kann jemand, der sich jetzt für die Barock-Trompete interessiert, wie kann so jemand damit beginnen? Kann er das alleine machen? Sollte da jemanden aufsuchen? Beides. Natürlich ist es immer besser, mit einem guten Lehrer zu arbeiten, weil der unmittelbare Kontakt und das Feedback natürlich hilft, zielstrebiger sich auf den richtigen Weg zu begeben. Aber meine Schule ist wirklich auch bewusst so gestaltet, dass man möglichst viel selber arbeiten kann und möglichst weit selbst kommt. Wenn man sich damit beschäftigt, worum es eben geht und was man erreichen möchte. Und ich habe mich getraut, einen relativ umfangreichen theoretischen Teil von etwa 30 Seiten voranzustellen, in der Hoffnung, dass auch die Trompeter diese 30 Seiten nicht überblättern und bei der ersten Note anfangen werden, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern es auch lesen. Es stehen in diesem Teil keine grundneuartigen Erkenntnisse über das Trompetenspiel drin, sondern sie erläutern quasi meinen Gedankenzugang zu diesem Thema, um zu erreichen, dass der Schüler sich mit auf diesen Weg begibt und in diesem Gedankenkonstrukt versteht, um was es geht und dann mit den Übungen Schritt für Schritt voranschreiten kann. Die Übungen sind so gestaltet, dass sie wirklich der Umsteiger von der modernen Trompete von vorne beginnend im Prinzip sofort umsetzen kann, in sehr kleinen methodischen Schritten voranschreitend. Und jeder Übung ist eine Seite mit Anweisungen vorangestellt. Also es ist immer auf der rechten Seite einer Doppelseite sind die Noten und auf der linken Seite eine Erklärung, wie die Übung zu verstehen ist, gegliedert unter Allgemeines, unter Spielanweisungen und eben auch unter Kontrolle, so dass der Übende auch lernt, selbst sich zuzuhören, selbst sich zu kontrollieren, eigenes Feedback zu entwickeln und dann entsprechend gegebenenfalls zu korrigieren. Wie würdest du den Hauptunterschied zwischen moderner Trompete, B-Trompete und Naturtrompete, von der Blastechnik her beschreiben? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ja. Gibt es. Wiederum basierend auf der Erkenntnis, dass die Trompete doppelt so lang ist wie die moderne B-Ventiltrompete, müssen wir, das ist Tatsache, eine größere Luftsäule bewegen. Eine schwerere Luftsäule, eine trägere Luftsäule. Und insofern ist es die erste und grundlegendste und immer wieder entscheidendste Konsequenz, noch mehr Fokus auf die Luftarbeit, auf die Atemarbeit, auf die Blasarbeit zu legen, auf die Effektivität der Luft, auf mehr Luftgeschwindigkeit, mehr Luftvolumen, um diese Luftsäule zum Schwingen und damit die Trompete zum Klingen zu bringen. Das ist sicher der Hauptunterschied. Natürlich funktioniert es, wenn ich mit dem gleichen Gefühl, dass ich in wieviel Jahren auch immer moderne Trompete automatisiert habe in meinem Körper, mit diesem Gefühl in die Trompete, in die Naturtrompete reinzublasen. Es werden die richtigen Töne rauskommen im Prinzip. Aber dann geht die Arbeit ja erst richtig los. Es geht eben um Klangentfaltung, es geht um Volumen, es geht auch um Intonation. Luftgeschwindigkeit hat Einfluss auf die Intonation. Und dann der nächste große Unterschied ist natürlich der, dass ich keine Ventile habe. Also all die technischen Raffinessen und Fragen, mit denen ich mich auf der Ventiltrompete beschäftige, was auch Tonverbindungen, Legato und so weiter betrifft, fallen ja hier vollkommen weg. Und die gefürchtete Übung für die modernen Trompeter, eine Naturtonbindung oder Naturton-Triller oder so irgendwas, ist hier unser alltägliches Brot. Jede Tonverbindung, die wir auf diesem Instrument spielen, ist eine Naturtonverbindung, ist eine Naturbindung. Und insofern ist unser größtes Augenmerk auf dem Instrument neben dem Klang, neben der Tonproduktion überhaupt, die Tonverbindung von einem Naturton zum anderen über diesen Punkt hinweg, der halt manchmal besser und manchmal schlechter gehorcht. Und dieser sehr, sehr fokussierte Blick auf die Naturtonverbindungen ist sicher auch in der Arbeit ein ganz großer Unterschied zur modernen Trompete. Die meisten modernen Trompeter, die heutzutage sich mit Naturtrompete beschäftigen werden, von der modernen Trompete kommen. Es wird fast keinen geben, der mit Naturtrompete beginnt. Die allermeisten von denen werden auch in Zukunft beide Instrumente parallel spielen. Es geht also auch in meiner Schule und in meinem ganzen Denken auch als Lehrer nie darum, etwas so anderes zu programmieren oder zu verlangen, sodass die moderne Trompete nicht mehr funktionieren würde oder könnte. Wobei natürlich Irritationen am Anfang, wenn man umsteigt, erstmal auch ganz natürlich sind. Aber es geht im Prinzip darum, ein paralleles Programm, sage ich jetzt in moderner Computersprache, zu programmieren, sodass ich im besten Fall, wenn ich dann schon fortgeschritten bin, auf Programm 1 klicken kann und moderne Trompete abläuft. Innerhalb der modernen Trompete habe ich das ja auch. Programm 1 ist B-Trompete, Programm 2 ist Piccolo-Trompete. Da blase ich ja auch anders rein. Aber dass jetzt eben eine neue Körperarbeit, ein neues Verhältnis der verschiedenen blastechnischen Parameter automatisiert wird, das jetzt eben auf die Naturtrompete perfektioniert ist und ich dann in der Lage bin, als moderner Trompeter beide Programme nach gut dünken abzurufen. Wenn ich jetzt anfangen wollen würde, Power-Trompete zu spielen, muss ich mir wahrscheinlich nicht gleich so einen kompletten Satz da kaufen, mit B-Trompete, D-Trompete, Loch oder ohne Loch, sondern welches wäre jetzt die Trompete, die ich als erstes nehmen würde, mit der ich eine gewisse Bandbreite auch abdecken kann? Also wenn es darum geht, mit welchem Instrument ich beginne, ist die Naturtrompete in C 440 sicher die beste. 440 deswegen, weil ich mich im Tonraum 440 moderner Stimmung am wohlsten fühle. Also dieses Instrument kann ich nehmen und gleich losspielen, ohne groß irritiert zu werden. Je größer die Trompete ist, die B-Trompete, das ist schon so anders vom Spielgefühl, da werde ich erstmal wahrscheinlich enttäuscht sein. Und in alter Stimmung oder die ganz hohe D-Trompete oder S-Trompete ist zu anstrengend, da komme ich nicht schnell genug auf den grünen Zweig. Also insofern C 440 zum Beginnen ist das Beste. Jetzt ist es aber so, dass im Prinzip alle Nachbauten von historischen Instrumenten, der verschiedenen Instrumentenmacher, alle in einem Grundset von verschiedenen Stimmungen angeboten werden. Und zwar funktioniert es so, dass verschiedene Aufsetztstangen oder Bögen, die alle auseinandernehmbar sind, existieren. Diese ist jetzt die Lochstange für D 415 und eine etwas anders dimensionierte gilt dann für C 440. Entweder habe ich Kringel oder keinen Kringel. Und die meisten Trompeten, die ich einfach so per Sofortkaufen mir besorgen kann, sind in einem Set von vier Stimmungen. D und C und dies jeweils in 415 und in 440. Und das ist auch sinnvoll, weil dann habe ich gleich ein passendes Set und muss nicht später, wenn ich dann doch weiter einsteigen will, nochmal nachkaufen oder so. Und diese vier Stimmungen oder die zwei Grundstimmungen D-Dur und C-Dur sind auch die in der Barockliteratur am meisten verwendeten Stimmungen. Damit komme ich schon sehr, sehr weit und ich wäre dann sogar flexibel, um auch mal in alter Stimmung zum Beispiel mit Streich und Holzbläsern mitzuspielen oder in moderner Stimmung mit Klavier oder weil es angenehmer ist. Also das ist eigentlich die beste Möglichkeit einzusteigen. Es gibt unterschiedliche Prinzipien. Der eine Instrumentenbauer kombiniert es so, der andere kombiniert es so. Aber im Prinzip ist es so, dass wir immer einen Korpus haben. Dieses ist der Korpus mit dem Mundrohr oder vor dem ersten Kringel das Rohr und dem Schallstück. Dieser hat eine gewisse Grundlänge und funktioniert für im Prinzip die mittleren Stimmungen. Wenn ich jetzt eine sehr kurze haben will, zum Beispiel S, E oder F. F und E kämen für das zweite Brandenburgische Konzert in Frage, würde ich mir aber im ersten Jahr noch nicht unbedingt zulegen. Genau, aber S zum Beispiel kann durchaus in klassischen Messen vorkommen oder auch in Opern, Mozart, Cosi, Van Tutte oder so irgendwas. Da gibt es durchaus auch die S-Stimmung. Da ist bei manchem Hersteller schon ein kürzerer Korpus vonnöten, weil natürlich die Länge des getriebenen Schallstückes und auch die Art wann und wie sich das Schallstück öffnet zur Gesamtlänge der Trompete passen muss. Und wenn ich jetzt ein zu langes habe, dann würde es einfach auch Intonationen klangmäßig nicht mehr passen. Und insofern kann es sein, dass ich zwei verschiedene Korpusse brauche. Einen kurzen zum Beispiel für die drei oder vier kürzeren Stimmungen und einen langen für die tieferen Stimmungen. Ich selber habe drei verschiedene Korpusse, weil wir bei vielen, vor allem klassischen Stücken, relativ schnell zwischen Stimmungen wechseln müssen. Das Extrem ist dann Mendelssohn, Elias zum Beispiel mit die späteste Literatur, die noch für Naturtrompete spielbar ist. Da muss man fünf verschiedene Stimmungen bedienen und teilweise innerhalb eines Stückes, innerhalb einer 20-taktigen Pause umstimmen. Und da ist es manchmal einfach praktisch und man hat zwei Trompeten. Aber meine beiden Korpusse sind gleich lang. Ich verwende den für D und C, den für B und A und habe dann noch einen kürzeren für FES. Und das ist natürlich dann schon eine sehr komfortable Ausstattung. Aber eben mit dieser Grundkonstellation D und C kommt man schon zurecht. Dann kann man B und A noch nachkaufen, gegebenenfalls im selben Korpus und dann die kleine Trompete, wenn man sie denn hier bräuchte. Patrick, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für dieses Interview. War sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, es hat euch auch sehr gefallen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.